Die Zeit ist reif, deine Grenzen zu erfahren. Fühle die Angst und entdecke Horror in einer neuen Dimension. V9, trau dich in die Tiefen eines stillgelegten Stollens. Steige hinab in die Dunkelheit der Kanalisation. Ein China-Inbiss, den du nicht so schnell vergisst. The Villa, dieses Anwesen, verbirgt eine dunkle Geschichte. Zombieville, alleine bist du verloren. Horror on Ice Park 3, die neue spektakuläre Live-Show mit Marc Terenzi. Und dann der Vampires Club mit einem sensationellen DJ-Set in einer außergewöhnlichen Location. Die Horror Nights, starring Marc Terenzi. Vom 28. September bis 3. November 2012. Exklusiv im Europa-Park